Hey Leute, ich bin's wieder. Sorry, gerade für das Ding, aber meine Mutter hat mich gerufen und ich hab gedacht, ich soll noch Hausaufgaben machen und sie wollten mir eigentlich nur einen Tee machen, hab ich gesagt, ja. Und das nächste Video, wie gesagt, ist beim anderen Leon und falls ihr Bock habt, könnt ihr den auch abonnieren, aber er hat schon 6, 7 Abonnenten, müsst ihr nicht unbedingt machen, ihr könnt auch mich abonnieren und ja, das erste Video müsste schon hochgeladen sein und ich mach jetzt einen kurzen Cut, bis gleich.